Hallöche Leute und Willkommen zurück zu GTA Online Und wie man sieht sind wir heute nicht mehr allein Nicht so wie in der letzten Folge Wir haben Besuch von der ganzen Bande diesmal Naja fast... Die Rasse Bande Ja hier, wie ihr schon hört, der Gurke, der Onkel, der Avenger und der Nexttrap sind auf jeden Fall am Stockort Da war grad der Roboter Trap wieder Aber mir war Trap ganz normal Ja ich weiß auch nicht was hier mal los ist Sehr cool, bei mir kommen mal die Roboter Stimmen Ja wir machen auf jeden Fall weiter mit Missionen Aber bevor wir Mission beginnen, möchte ich noch mal kurz zum Tuner Und mal den Edi geben bissl auf-tunen Okay, ihr könnt ja in der Zeit ein paar Faxen machen Ne, jetzt muss er aufgefahren Oh das war falsch Alter, ich soll sag ein paar Faxen machen Ja, aber lass mich doch erstmal da an Was hast du nicht gesagt What? Äh, Avenger, Alter wollte er mich wieder wegraten Ne, ne, ne Du kommst ja nicht mehr rein Oh Du hast extra die Mülltonne geaimt ja Genau Boom So Alles klar, ich kann nämlich Panzerung holen Oh er ist verschwunden, ich wollte eigentlich Willst du mich in die Luft jagen, danke Ja bitte Hab dich auch ganz toll lieb Ich dich nicht Ich auch nicht Will keine Jobs raussuchen Doch mach mal Min- also vier Spieler min- ja, auf jeden Fall Was? Fünf? Kannst nicht zählen Ne, wir sind jetzt fünf, stimmt Stimmt ja, wir sind jetzt zu fünf Fünf, also mindestens fünf Leute Egoistischer Ja, tut mir leid Ah, den Turismo kann man noch tief verlängern, obwohl der Asion so tief gelegt ist Ja Hör nur, boah Kommst ja gar kein Bordstein mehr hoch Ach man, ich war doch gerade bei den Jobs aus, mit dem NextTrap Halt NextTrap hat die Kohle Oh, das ist ja teuer Oh, das ist ja teuer Oh, das ist teuer Ich finde wir sollten mal eine Folge in der Hacker-Lobby aufnehmen Genau Spielverderber-Lobby Ja, weil das ist aber schwer reinzukommen Da gibt es ja Threat-Mods, wenn die nie machen Ich komme halt auch gar nicht drauf Du schon, wenn du es so weitermachst Ja, wir müssen richtig viel Scheiße machen, dann kommen wir da drauf Das kann man ja irgendwann mal machen Ja, noch schon eins Wenn man sowieso nichts mehr zu verlieren hat, wem denn? Achso, Alex Ja, der hat sich ja wieder frei gehackt da Ich kann ja nicht Ahnung, warum der Ich habe DNS gerne nicht, Alter Dann hast du ein System gehackt, Alter Geht's alles Na, Alex, was machst du da? Hier rum nicht? Überall käme ich heute nicht Mein Vater arbeitet bei Rockstar Oh nein, 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 nein Das war falsch Jetzt habe ich mir ein Carbon-Dach gekauft, was ich gar nicht haben wollte Ja Ich will diesen Feuerwehrwagen haben EEEEY Du hast auch mein Auto zerstört Ja, stimmt Ich muss mich Dust die hier reifen, oder? Achso, der ist schon links am Arsch Das kommt richtig fertig Danke Das kriegst du Boah Das kriegst du wieder Bin ich nur auf Onkel gespawnt Achso, nee, das war sein Auto Lauf EEEE Voll die Ghetto-Optik so Viel Spaß mit den Sternen Juii Hätt's doch mal hergekommen Ein paar Schüsse Ah, was ist das? Onkel Kasimus Alter, er war ein Spinner Nein Debbie Debbie, jetzt komm schon wieder die Cops Und ich krieg keine Cops Oho Warum? Ohohohoho Schneebälle Lester hat wieder den Fister gemacht What? Ohohoho Ey, was war das denn für'n Boost, ey? Oh Er ist einfach nur gerade aus hier fahren Äh, Alex, was los? Suchst du da eine Mission raus, oder was? Machst du meine Köl? Es gibt keinen Job für 5, 6 Leute, die wir schon gemacht hätten Alter, was ist das nicht? Wir haben schon alle gemacht, denn Wir haben schon alle gemacht, so gesehen Das ist ja blöd Das ist ja blöd Richtige Geschwonnen haben wir schon gemacht Koks und Anflug haben wir schon gemacht Oho, wo kommt das Auto her? Mach Crack im Anflug Ja, gibt's leider auch nicht Wir richtigen Anflug Ja, dann machen wir einfach mal ein paar Sachen, die ich rausgesucht hab Mal hier aus Ja, müssen wir leider, weil Ich hab auch noch los zu viele Wir sind zu viele Na siehst du, dann läuft das doch Auf jeden Fall ist schon der Onkel wieder Aber wir sind etwas zu viele Ich glaub Onkel hat's auf uns abgesehen Ich glaub Onkel hat's auf uns abgesehen Wir müssen Nextfrap opfern Den Ziegengott Okay, zu es ist einfach weggeportet er du dich so aufdruck voll das sehen wir sich zu uns gelegt hat das parkir so ein allianne die 20 millionen die du mir auf mein konto gehackt hast dann nimmst mich immer wieder weg nie wieder ich hätte jetzt erst mal gleich eine milliarde mehr wenn ich im mund hält oh ich sag nein ich gucke ich will mir Geld Zeit und er gibt mir Geld da wollte ich nicht irgendwie eine mission starten aber wir sind hier gerade ein bisschen im chaos ich hab noch eine map die ist eigentlich mehr eine mission für zwei teams aber bis 16 spiel oder? zwei teams die müssen ein paket krallen das schwer bewacht wird von irgendwelchen militärfuzis ok dann hau rein lass uns das machen wollen du spielen? toll ja ich war letztens bei so einem schönen mongole da war der geilste spruch ever bei den soßen dausse kommt mal zuletzt oder? Göttelspeise ne? Göttelspeise aber statt R hat da gefehlt Göttelspeise 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 Fleisch? Göttelspeise Möchten sie einen Fleisch London? Oho Nice Ja hat sich doch gelohnt ich habe nicht ob wir das schatten das ist arschwer Vier Sterne haben wir schon mo-o Alter, wie habt ihr das überlebt? Ihr habt so viele Haftbuben da reingeworfen. Ihr kranken. Keine Haftbuben. Haftgurken. Ja, Haftgurken. Ihr heftigen Hacker. Direkt doch mal. Ich will euch zwar nicht töten, aber ich bin so viel out-out. Da musst du eine Brumme reingeworfen. Ich bin weg. Was? Ich bin weg. Ach so, der Job. Oh Gott, der mit einer Hand lenken ist doch ein bisschen schwieriger für die Frau hier. Wie? Du bist eine Frau. Am Steuer sitzt hier eine Frau, ja. Am Controller nicht mehr. Ja, gewiss so. Hm. Pfff. Witsch. Jo, jo, jo. Da, die sind mit rein. Wer denn? Na, du. Was? Ach, der fehlt nicht. Ich will deine Brüste in der Lobby. Da sind ein paar Leute einladen. Ach, von dir sogar. Ich lad gleich meine Crew ein, dann haben wir ja eh Full House. Oh, ich hab's. Ach, schade. Einen mehr bräuchten wir, dann wär's auf jeden Fall fair. Da mal einen Fanatuna-Krupp. Da mal einen Fanatuna-Krupp. Schnell, 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 schnell. Da mal einen Fanatuna-Krupp. Hey, das fühlt sich auch so schon voll schnell. Mach da einer irgendwie wieder sexuelle Dinge mit sich selbst. Ja, der packt den einen dann grad seinen Nacken. Evin, da machst du da grad irgendwas in dein Herz jetzt so in deinem Popo. Ja, ich hab mein Ohr hart geübt. Oh, was machst du? Ja, was war's denn dann? Ganz unhoffendig, krass. Für die unständigen Sachen bist ja du zuständig, Gläsergurke. Natürlich. Weißt du, was ich zu sagen soll? Da ist einer aus der Däner-Kru. Ich kauf jetzt einfach mal alles. Boing! 50.000 weg. Passt ja nirgends. Oh, es geht ja noch. Oh, dann haben wir ja vollzählig. 275. Ja, alles normal gespielt natürlich. Pocken Tag und Nacht. So. Ich sag hoch. Mit meinen 36. Ich bin noch im ganzen Tag. Problem ist an der Mission. Die sind auf höchste Schwierigkeiten beim Zielen und die spawnen immer nach. Oh mein Gott, das kenn ich. Dann starten wir. Ich spawne sogar direkt vor deiner Schnauze, Minigun. Was? Ich soll da mitmachen? Alter, ich halte doch gar nichts aus. Ich hab da alles platziert. Sturmgewehr, Minigun, Rakete, einer, einer ein Scharfschütze. Okay, na dann. Lass uns loslegen. Ein paar Autos, die uns verfolgen. Also alles. Eigentlich müsste man nur schnell durchbrechen. Das Paket krallen und so schnell wie möglich wieder raus. Während ein paar andere die Sicherheitsleute abknallen. Einstellung bestätigen. Hab doch grad schon gestartet. Was ist denn los hier? Keine Ahnung. Oh, jetzt. Das Paket. Bananen 338 mal von der Palme gefallen. Bananen Arsch. 3D. 3D. In HD, ne? So. Bereit zum Spielen. Gott sei Dank. Oh ne, ich bin mit Gork in einem Team. Ja, man kannste nur gewinnen. Wir alle legen die alle. Das ist ja krass. Das ist ja auch glaub, dass wir alle in einem Team sind. Gorkke. Ein Schuss. Löcher in der Brust. Gorkke schütteln, was? Ja. Ja, ey. Boah, das ist grad richtig schlimm mit dem Team. Gorkke schütteln. Ja. Oh ja. Hahaha. Geil, zurück. Ja. Na, passiert dir noch was? Ich will nicht, dass es lädt. Denn wenn es lädt, kann ich nicht spielen. Geht proposiert. Du kommst recht, Alex. Wenn du die Konsole wahrscheinlich anmachst, denkst du ja, ey, die Konsole lädt. Pupp. Machst du wieder aus. Kein Bock da drauf, ne? Hoffentlich funzt ja auch alles. Wohin? 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 wishedlosbearzams! Die müssen alle hierhin und das Pakete holen, ja. Irgendwie ... habe ich die NPCs falsch eingestellt? Kann auch sein. Ich hab das Paket ... Die gehen einfach an mir vorbei, ist tatsächlich normal. Aua! Egal, ich greif ihn jetzt nicht an. Scheiß Behinderten. Von hinten kommen zwei. Nein, greifst du mich an! Scheiße, ich bin gestorben. Die Polizei rammt mich und ich kriege... Schwarze Jeep, da bin ich. Wir müssen hier Deckung gebeln. Alle Onkel beschützen. Sofort. Die dummen Bullen, die dummen Bullen, die dummen Bullen, wie die mich schieben. Ist gleich... Na toll, wegen den Bullen. Da bin ich jetzt nicht weggekommen. Jetzt aber, ne? Ja. Okay, gut. Haben die NPCs überhaupt geschossen. Das ist auch witzig gewesen. Ich hab mit einem Typen erst angefahren, von vorne, den anderen von hinten angefahren. Dann ist er vorne aufgestanden, mich erst abgeschossen mit Raketenwerfer und 4-3 sind Tor. Ich hab die Tasche und der Typ rennt einfach... Oh, du Idiot, Alter. Nein, ich bin dumm scheiße, die sind jetzt in der Überzahler. Er ist Avenger weg, er ist raus. Ich bin wieder rausgeflogen. Was hab ich denn erzählt mit der Disc? Das passiert mindestens zweimal beim Spügen. Und wir in der letzten Zeit aber auch. Was? Aber wir können uns auch gegenseitig spügen. Trottel. Also einer unserer Team hasse ich, ey. Schön. Auf jeden Fall werden da jetzt nur noch Haftbomben reingeschmissen, oder? Auf Befehl. Oh, fast fast fast. Also es macht auf jeden Fall Spaß, Onkel. Sehr geil. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die NPCs richtig gestellt waren. Müssen eigentlich auf jedes Teamfeind nicht reagieren. Ja, da hast du dann, glaub ich, irgendwas noch nicht richtig in den eingestellt. Nein! Oh Gott. Er hat Normalgitarre das abgeräumt. Aber richtig. Ich wollte grad wegfahren. Ich wollte grad meine zünden. Ich war zu spät. Ich dachte, ich wäre das erst gewesen. Komm, wir müssen doch diesen Koffer nochmal bekommen. Mein Gott, wo kommt der denn immer her, dieser kleine Cheater? Der Hacker. Den ist Kopf hier. Einfach nur die Riesenschlacht. Oh, hier ist die Schlacht. Oh, das Kopf hier. Uah, Krollione. Schade. Ich komm gar nicht mehr hin. Haben die den Koffer? Liegt der da noch? Ne, wir haben... Ich seh den nicht. Achso, ne. Einer von uns hat den... Koffer verloren. Ich wollte mich verlieren. Ja, von uns müssten sich da auch anders in seinen Scharren. Ich bin tot darunter geflogen. Aber jetzt ist es leicht, den Koffer zu holen. Einer muss mal da runter fahren in den Kanal. Der liegt da da runter? Um sich direkt abzuholen, ich hol den Koffer wieder raus. Boah, bei mir ist er auch die Disc erkannt, so wie bei... Wie komm ich da jetzt runter? Avenger. Warst du auch rausgeflogen? Ja, genau wie du. So logisch, wieso passiert das jetzt? Gleich noch bei jedem anderen. Ich hoffe mal nicht. Alter, wie komm ich da runter? Ja, der ist gehandelt. Was denn, was denn mit... Haben die denn Koffer jetzt? Und der ist doch oben oder nicht angezeigt hier? Wolltest der wieder zurückgespawren. Wahrscheinlich bist du oben gestorben und dann runtergefallen. Oder bist du unten, ja. Verdammt! Jetzt bin ich umsonst passiert. Ich mach mal ne neue Sitzung auf. Jo, lad mich dann gleich bitte ein. Ja. Sanex hat auch... Ich weiß aber auch, wo die Hälfte ist. Das war's. Ja. Einfach so. Wie heißt er? Hun-Hund? Hun-Hund. Nein. Ich Idiot, warum guck ich denn überhaupt hin? Weil du kannst. Äh. Ja, kill mich doch einfach. Oder so. Ich hab ihn. Ich hab ihn doch nicht mal gekillt. Hast du den Koffer? Ne. Weil ich mach hier grad nur Faxen. Ich krieg hier gar nichts gebacken. Wo fährt denn der hin? Spielstand konnte nie von Rockstar Cloud Saver geladen werden. Alter, was soll das? Ja, das passiert manchmal. Das ist so behindert. Muss das Spiel nochmal neu starten. Geht ihr? Ah, halt. Ja, Steuerung. Guck mal, wo bin ich denn gespawnt? Wo ist der Gegner? Der liegt wo oben, ey. War noch in der Stadt, oder? Bananenarsch 3D. Ja, vorher schon erwähnt, ey. Ja, Nextstrap kriegt nix mit. Der hört gar nicht zu. Ja. Unverschämt. Der lebt nur in seiner eigenen Welt. Tja. Alles klar. Ich hab wenigstens ne eigene Welt im Gegensatz zu dir. Ja. Du bist voll auf Sendung, Alter. Wer verfolgt mich hier? Äh, wieso ist... Ich wollt schon sagen, der Koffer ist weg. Boah. Boah. Den kriegen wir nicht mehr. Nee. Ich feuer für mich. Oster, die Typen halten den jetzt auf. Jetzt sehen wir einen anderen Gegner nicht mehr. Genau denselben Fehler wie du, Evancher. Wie geil ist das denn? Jawoll, ich glaub die... Ich glaub die... Ich glaub die... Gollum Thunder... Hä? Haltet ihn auf! Wie sie hier rum? Ja, das ist auch voll mies. Also... Nur um ihr Glitche. Aber pustet da... Schön in seinen Mikro. Ich... Nicht. Ich bin extra ein Popup-Schutz. Der Avenger. Ah, die versuchen zu Fuß. Nee, Junge. Der ist fast da, der ist fast da. Aber... Der Avenger ist gut. Alter... Oh, ich hab ihn neu erwischt. Nein! Ich hab ihn aber noch abgeknallt. Scheiße. Aber er war schon im Bereich drin. Stahle, Stahle. Also wenn nicht... Wir haben uns mal gezogen. Na ja, auch nicht so schlimm. Na ja, auch nicht so schlimm. Auf jeden. Hast du noch so ein paar Dinger, oder was? Noch irgendwas kreiert? Unendlich viel. Oh nein, 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 nein! Ich Idiot! Ja, ich wollte eigentlich liken machen. Ich weiß auch nicht, warum... Ach, das Geld funktioniert nicht. Hast wahrscheinlich das Liked gemacht, ne? Mann, 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 Dave. Hab ich ja auch. Was? Mann, keine Ahnung. Du Idiot! Bist du reingekommen, Laserbooter? Ich bin ja immer der Gewinner, weil der Onkel will das Paket ja haben, ne? Nein, wir nicht. Nein, im Fresse. Kann man schnell standen. Na gut, ey, dann lass uns in der nächsten Folge nochmal so ein Ding machen, oder? Wieso nicht? Joa. Joa, ja. Alles klar. Du warst das erstmal, genau. Wir müssen uns erstmal wieder alle connecten, sodass es passt. Ja, und dann auf jeden Fall vielen Dank für diese Folge, fürs Zuschauen und so. Und ich hoffe, wir hören uns auch wieder in der nächsten Folge. Ja, ich hab nicht vergessen. Alles klar. Tschüss. 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 30 Euro. Schnegovier. Sch 2688-2510-2010-2517-3533-26002-3515-408- ensembH信 sei mytes,